jo glück auf und schönen guten tag der er ist wieder da wir spielen elex und ja wir sind immer noch hier im hort unterwegs und suchen und verlaufen und rennen und suchen und laufen und rennen also das was wir immer machen hier wird gebetet ich suche jetzt tatsächlich eigentlich ich bin so blöd hinten ist es ja da bin ich gerade vorbeigerannt aber na gut egal genau gut jetzt haben wir erstmal siegfried hagen und oswald am arsch so jetzt schauen wir uns das mal an was steht denn hier überwachungsprotokoll 1 ich habe siegfried von morgen bis mittag an der maschinenhalle gesehen hagen habe ich morgens bei den gruben gesehen und dann aus den augen verloren auswalt habe ich nur abends bei einer seiner predigten gesehen ich wurde von reinhold dazu angehalten leider konnte ich siegfried am fraglichen tag gar nicht sehen ich frage mich was er wohl getrieben hat hagen konnte ich den ganzen tag beobachten nur mittags war er plötzlich verschwunden dafür habe ich auswalt mittags gesehen ok siegfried wurde von mir von mittag bis morgen beobachtet konnte nichts ungewöhnliches betragen wurde von mir die ganze nacht beobachtet auswalt konnte ich morgens beobachten also mittags bis morgen siegfried ist der einzige der schon mal raus ist aus hagen wurde ganze nacht hagen haben wir die ganze nacht morgens und dann fehlt der war mittags weg also hagen war mittags mal weg siegfried morgens bis mittags und mittags bis abends die hatten dauerüberwachung auswald gab es abends auswalt gab mittags und auswalt gab morgens ok das ist ja spannend ok ich gehe noch mal schnell bei siegfried vorbei ich muss ihn noch mal darauf ansprechen also wie lautet eigentlich die aufgabe noch mal wir gucken noch mal nach reinholdsmänner haben ein egelex händler auf frischer tata das verdächtigen kommen alles was mir reinhold über das verbrechen sagen konnte ist dass es in der nacht stattgefunden hat ok in der nacht also wir haben hier siegfried ist raus morgens bis mittags und mittags bis morgens morgens und abends bei der predigt der hier hagen ganzen tag beobachtet nur mittags war er weg dafür habe ich auswald mittags gesehen und wenn man siegfried mittags bis morgens hagen wurde die ganze nacht beobachtet auswald auswald die kleine sau aber interessiert es dich nicht was draußen so siegfried mein freund was weißt du über den elex handel hier im hort was soll ich schon darüber wissen das war keine frage ich weiß nichts darüber ohne einen beweis direkt in meine kralle werde ich nichts mehr dazu sagen kralle wovon redest du da am besten vergisst du das einfach wieder ich hab dich wohl falsch eingeschätzt du wirst verdächtigt hier mit elex zu handeln was willst du eigentlich von mir dass ich etwas zugebe was ich gar nicht getan habe vergiss es und jetzt verschwinde jetzt machen wir mal einen kleinen ausflug wir gehen jetzt nach goliath und wir suchen jetzt mal und fangen jetzt mal an wieder ein bisschen paar außenmissionen zu erledigen mal schauen wir mal einen anführer für die schlachten finden judikate ulbricht sucht nach einem erfahrenen feldherren für seine schlacht gegen die alps in ignadon ach ja wir haben selbst nicht genug qualifiziertes personal schon gar nicht für die kleriker du wolltest einen bericht aus einer anderen stadt was hast du herausgefunden ich habe den hort der kleriker aufgesucht dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die augen offen gehalten also wie ist es um ihre stärke bestellt sie haben eine schlagkräftige kriegsmaschinerie dennoch ist ihre mannstärke gering das macht sie nicht weniger gefährlich wie sind ihre kräfte verteilt ihr augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die alps dann haben wenigstens sie erkannt wer der wahre feind ist hier für deinen bericht was meine unterstützung angeht wie mache ich mich angremstest hast du bestanden das war gut born sagt du hast ihm bei seinem mutantenproblem geholfen meine frau weiß nicht was sie von dir halten soll kein gutes anzeichen man erzählt sich du hättest einem kleriker zur flucht verholfen das ist nicht hinnehmbar allerdings war meine frau daran wohl auch nicht mehr zufrieden du hast mir bei der sache mit ihr doch geholfen das muss ich dir lassen eine große hilfe scheinst du bei der geschichte mit dem verschwundenen elex ja nicht gerade gewesen zu sein ich denke du kannst noch weitaus mehr für uns tun streng dich an ach herrje na gut er nimmt mich schon mal nicht so dann bunker des dukes da gehen wir da mal nachschlagen hier mal gucken aber ob der mir jetzt ein feldherrn zur verfügung stellt das halte ich jetzt eher für ein gerücht juli karte ulbricht sucht nach einem erfahrenen feldherrn für seine schlacht gegen die alps in ignadon was denn soll ich etwa dieser mistkerle auch noch unterstützen wer glaubt denn sowas erfahrener feldherr dass ich nicht lache ich hatte eh nicht damit gerechnet dass es bei den outlaws jemanden geeigneten gibt das erzähl mal besser nicht meiner schwester sie würde dir den kopf abschneiden für diese bemerkung ich sag dir es gibt niemanden auf ganz magalan der besser einen trupp kämpfer führen kann als sie und jetzt halt dein vorlautes maul verstanden okay nesty ach du scheiße die hat doch hier auch irgendwo rumgehangen nesty hat doch hier irgendwo rumgesessen ich glaube da ja nesty will mit dir sprechen tatsächlich du meinst also ich kann mich trauen dieses weib noch einmal anzusprechen na schön ich merke mir deine visage falls das eine lüge ist eine von deinen pfeifen hat mir gesagt ich soll mich bei dir melden ich hab mich mal umgehört du machst dir die ganzen leute verrückt weißt du das ach ja allerdings jeder zweite hier hält dich für eine harte sau aber wenn ich dich so ansehe dann glaube ich du überlebst nicht mal einen anständigen sandsturm du hast mich hier antanzen lassen um mir das zu sagen oder na dann wollen wir doch mal sehen was du wirklich drauf hast hör zu ich mach dir einen vorschlag wir machen einen kleinen ausflug dann kannst du mir beweisen was du wert bist äh 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 doch brauche ich richtige männer dafür nicht das gewöhnliche gewirn das hier so rumläuft also werde ich dich erst einmal testen ob du auch was aushält bereite dich vor und dann gehen wir klar ich hätte da auch eine große sache in igna da die kleriker planen eine großoffensive gegen die alps erstmal machen wir was ich sage klar mit deiner kleriker geschichte kannst du mir später nochmal auf die nerven gehen ok ähm das machen wir dann nochmal ähm so das machen wir dann nochmal ähm so So, dann habe ich nämlich hier noch irgendeine Mission, Moment, wo ist denn das? Achso, ich wollte ja hier nochmal zu denen. Ach, bin ich blöd. Jo, das läuft schon wieder. Eine Springgranate. So, warte mal, ich wollte doch hier drüben irgendwo, hatten die doch ihr Lager, diese komischen Kleriks. Hier sollte mal jemand aufräumen. Das Biest kaufe ich mir. Ich glaube, irgendwo hier oben war was. So, bloß nicht wieder auf irgendeine Miene draufhüpfen. So. Oh, nee, hier ist es ja. Irgendich verseucht. Bin ich jetzt total beglockt? Ich bin hier wieder navigationsmäßig voll der Esse am Eimer. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ray hat ein mieses Gefühl. Tja, Meister Ray, was will ich machen? Ach, weißt du was, wir machen jetzt einfach mal weiter hier mit unseren normalen Missionen. Ich habe da noch mal drauf geschissen. So, jetzt Aufgaben. Wir wollten Nahrung für die Kleriker besorgen. Das ist nichts in der Nähe. Da müssen wir tatsächlich vom Hort aus dahin. Da müssen wir vom Hort aus dahin gehen. Na gut. Was habe ich denn noch an Nahrungsmitteln so dabei? Trockenfleisch, neun Stück gebratenes Fleisch. Roßfleisch, Asselfleisch. Mhm. Gesundheit plus fünf. Okay, na ja gut. Schauen wir mal. Vielleicht finde ich ja dann irgendwann mal ein Lagerfeuer. Da könnte man nämlich nochmal was zufutternd machen. So, wir sagten. Was ist denn das da für ein Händler? Den versuche ich jetzt mal einzuholen. Vielleicht ist das ja der Lieferant, den wir brauchen. Mann, der Typ ist schnell. Hm. Was? Ui, 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 ui. Na das war ja mal eine schöne Geschichte. Das habe ich ja ganz toll gemacht. Komm Ray, wir laufen. No, no, no! ich mach das da haben wir ihn doch so jetzt hier ist gold oder nicht schwefel schade probieren wir mal dem weg hier zu folgen sowie dazu das bieß kaufe ich mir immer drauf naja, es ist schon mal ganz geil, dass wir jetzt nicht noch haben so das heißt im Umkehrschluss es ist schon wieder Folgenende ich sag vielen Dank, oh das war die 50. Folge vielen Dank fürs Zugucken ich hoffe es gefällt noch ein paar Leuten wenn ja, daumen da, lass einen netten Kommentar schreiben und ja, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao der Ära